so willkommen zurück zu sowas nicht mehr aufs Kipfel ist hier mit Spine die Spine ja zwei passiven Fähigkeiten so zu sagen und zwar der Typ der Stoffelsprung ist anders meiner Ansicht nach nicht KZ-Tol dann kann das so nennen dann kann es wie noch an den genug klettern mit Energie da haben die Spine Halt jetzt schießen daher die Spine hat eine Kettenrüstung und den Lederhelm die ist doch gut ein Eisenschwert hat was viel macht an sich 6,0 Schaden hat 5,5 Größe und mit seinem Eisenschwert ne 275% noch Back und äh noch etwas mit Half-Life Generation dann Oh mein Gott ein Eisenkohlem halt jetzt noch so ne Pfeile und äh noch so ein Alter ich hab ne übelst keine Technik entwickelt mit der Spine okay gut das war jetzt alles gut Max hätte ich auch gerade eben versucht so eine Wettnuch zu krangeln war hat nicht so gut funktioniert bei mir ja guck mich mal an Komma runter ich bin durch und den müssen wir besser erkannt haben was da besprungen was da war und so so wie doof macht und jetzt wird sie dass sie gespielt haben ja okay gut ich glaube hier läuft nicht so gut mit Spinne okay auch man kann sich locker dort treten wenn man runterfällt ja aber nicht überall ist man man schluss auch so ich habe mir so ein bisschen in der Versenkung okay verstehe ich bin ich wer ist denn die hier zur gertar der Eisenkohlem ein tote Eisenkohlem muss ich sagen ich hier kann man sich so wenig hochhandeln das ist nämlich so ein ich möchte immer auf das Gebäude klettern er vorher und jetzt geschafft gesierst und franzfall hochklettern kann man wir sind die zirka schweizung was geschafft es ist aber eigentlich schlecht als er was er damit gemacht es wird ja jetzt wieder die Städte ja genau immer so wieder das zeigt ja man kann sich nicht ich bin aber noch 300 Herzen aber immer an ihr habt ihr an er warum er kann der Beschwung machen nachher dazu müssen aber ich kann nicht hoch war das eigentlich nur bei dieser Möglichkeit ganz nur wo das auch möglich ist die die und das Glück würde ich sagen jetzt hätte ich gewinnen die Malte die Mestis hier alles kann Pote Lieber und warm auch für für uns in der ich hab die KT wie KT wie Gip die KT Gip Kiki Kiki er nachspielte Kontestleim das letzte Frieden ist los mit Ende jetzt ist alles ein bisschen kritisch weil jetzt zu viel Spieler da sind hier kann man sich an die Türm hochhangeln das gibt es einen aber es gibt noch wollen bestimmt es war eine Verkäufe bei der Anstieg mit dem es so fein gemacht kann das vergiftet ja auch noch am besten nach oben Niemann 3 gelettet und dort wo ist er noch so auf dem Turm wo Kost Wolli Ereignisse Junge Hälfte Okio ich habe ich auch gehabt Bucke hat er passiert Okio das war kann ich nicht überleben für mich mit der war und die Ecke gebracht ja okay ja zwei Skelette gegen mich klar hä? lol guck mal Max hier sind einfach mit Partikeleffekte hä was denn Skelettenrunde Junge das Mann hat bei Herzen hatte ich auch gerade direkt eigentlich an sich gut ich bin er nicht gut oh ja man ich hab ich bin eigentlich noch nicht so oft gespielt weil ich es eigentlich immer recht schlecht fand Oh nein! das war der beste das war eben scheiße ich hab richtig Angst vor dem Sprung irgendwie ich hab immer wieder zurück geschossen ja! okay ich bin tot das war noch nicht ganz diese Rohrk Martin muss noch sterben dann dauern noch ein Leben und diese denn ist Superspaßdienst da ich hab mich getroffen oh mein Gott der Sprung oh da hab ich nicht getrun so ein Sprung verbraucht auch Energie ach so deswegen so ein Sprungverkauf verbraucht auch Energie ja aber nicht unbedingt viel das ist auch hier okay okay da war der Dennis wieder am Berg der Dennis wir wieder am Berg nein hör auf Max wir müssen die doch hier skritten ey nee nee aber ich wusste nicht bloß ohne eine Sache ist einfach Position nur schlimm noch zugleich auch ö man schmeißt die Sprung auch gut man schmeißt wo es einfach nur ungewöhnung scheiße aber ich glaube der Wolf hat auch so einen Sprung ja hat auch mal damals Tobi gesagt S äh so habe ich ihn nicht getroffen ich bin es auch so schnell mit dem Sprung das ist auch wieder gut stimmt mach 1 ne das war ich gewonnen habe in so einer sehr obwohl ich nicht schon mal gewonnen ah schon mal mit Eisenkohlen nee mit Eisenkohlen nicht aber mit Skelett mit Eisenkohlen war ich von doch noch nicht gewonnen oder egal so das war es jetzt mit der Folge das waren wir jetzt schon zwei Runden schade eigentlich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Super Smash Moms Skidplay tschüssi